Hey Leute, mein Name ist EpicSun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und heute geht's hier weiter. Oh, ich hab richtig viel Hunger, Kata. Und heute werden wir das höchste Level erreichen. Ich bin echt gespannt, was sich dort oben befindet. Ja! Und du hast erstmal Holz, sehr gut. Ja, genau. Okay, warte mal. Wir haben... Haben wir nicht... Ne, wir haben nur zwei Diamanten. Stimmt, da war ja was. Okay, die Saplings... Haben wir noch genug Saplings, ja auf jeden Fall, oder? Das passt. Ja, aber am besten gehen wir hier nochmal. Das bisschen vergrößern. So, zack, 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 zack. Ja, wow. Wir haben keine Erde mehr, Kata. Muss ja keine Erde sein. Oh, okay. Bloß zum Auffangen. Ähm, warte mal, was ist hier eigentlich mit der Treppe los? Was ist hier eigentlich passiert? Ist das immer noch kaputt von letztem Mal? Ja, hier ist doch der Kripper. Ja, kann sein. Dann hol ich hier noch die... Ist da noch was? Oh. Ja, lol. Ist da oben noch was drin? Ja, tatsächlich. Ich nehme mir alles raus. So. Hier war sogar noch ein Zeppling drin. Oh, perfekt. Dann setz ihn. Ja. Warte, ich schmeiße dich hier runter. Bitteschön, Kata. Danke. Und alles schön in die Kiste machen, falls man runterfällt, dass man so wenig wie möglich verliert. Okay, ich gehe jetzt mal nach oben. Du kannst gerne mitkommen. Und wir schauen uns mal an, was sich da oben befindet, okay? Mhm. Aber du musst aufpassen, der Baum, die spawnt gerade. Ich glaube, da fallen viele Zepplings runter, eventuell. Ja, ich gucke einfach... Gehe einfach mal runter, dann wieder. Okay. Ich nehme auf jeden Fall das Gold hier schon mal mit. Wofür brauchen wir Gold eigentlich? Ich weiß es nicht. Eigentlich brauchen wir das nicht, oder? Nee. Egal. So. Das liegt auf jeden Fall unten. Das können wir nachher mit aufsammeln. Guck, Kata. Siehst du das da hinten? Eine andere Insel, gell? Aber wie kommen wir dorthin? Rüberbauen. Ja, aber wir haben nicht so viele Blöcke, glaube ich. Doch, Holz. Denkst du, das reicht? Ah, ich weiß nicht. Okay. Aber wir sind so hoch schon tatsächlich. Wir haben schon so viel abgebaut. Oh je, oh Gott. Ich mache die Station hier auch mal weg. So. Wir müssen auch nochmal hier... Achso. Oh Gott. Warte mal. Ich habe... Ich habe... Ich habe eine... Ich muss... Ich kann keine... Oh Gott. Ich muss irgendwas essen. Ich habe eine halbe... Eskater, es! Danke, danke, danke. Was ist denn hier oben drauf eigentlich? Haben wir das gebaut? Ich weiß es nicht. Das war schon da. Das war schon da. Okay, wir müssen uns hier irgendwie hochbauen. Warte mal. Ich mache hier mal weiter. Okay? Achtung. Mhm. So. Zack. Zack. Ich habe leider nicht so viele Blöcke. Hast du noch Blöcke? Ich habe ein bisschen... Ja, ich habe noch. Ich würde sagen, wir bauen uns außen hoch, weil da oben... Es tropft irgendwie runter. Da ist auf jeden Fall Wasser oben. Aber haben wir einen Eimer? Nein, oder? Äh... Nee, ich meine nicht. Haben wir Eisen? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir sogar einen Eimer. Ich bin mir nicht sicher. Okay, pass auf. Ich brauche... Zack, zack. Und... Und... Hier, warte. Genau, genau. Zack. Und... What? Wir haben hier ein komplettes Feld... Und da ist eine Kiste. Meine Kiste. Guck mal, was wir da drin haben. Wir haben eine Water Bucket und eine Lava Bucket und drei Stacks Cobblestone. Perfekt. Und wir haben ein komplettes Feld. Okay, nice. Warte, dann lassen wir hier oben, oder? Ich weiß nicht, oder? Unten, weil unten haben wir eh auch alles, oder? Hm, ja. Obwohl... Wir können es ja erst mal lassen. Ist alles schon perfekt, ja. Ja, stimmt. Okay, und ich würde sagen, Kata, ich baue mich mit den Cobblestones rüber. Oh, nein! Nein, nein, nein! Nein. Oh Gott. Ich habe mich so erschrocken. Aber es ist doch alles unten, oder? Wasser haben wir. Wo ist die Lava? Nein! Sag mir nicht, die Lava ist weg. Da hinten ist... Da hinten ist das Gold. Aber wo ist die Lava, Kata? Hier hinten? Oh, vielleicht sind... Oh, da ist die Lava. Okay. Aber ich glaube, ein paar Blöcke sind an den Kakteen kaputt gegangen, oder sind halt einfach komplett runtergefallen. Nein. Oh Gott, ich habe mich so erschrocken gerade. Oha. Okay, das heißt aber... Moment mal, ich habe richtig viel K... Nein! Nein! Nein, Kata, unsere Items! Unsere ganzen Items! Oh nein! Hier unten ist noch was. Oh Gott, es ist gerade so viel runtergefallen. Oh nein! Als ob wir gerade beide gestorben sind. Ja, super. Es ist echt viel weg. Gott! Das ganze Essen. Oh nein! Aber oben haben wir doch noch was, oder? Ja, ja, ich habe es neu gepflanzt. Okay, ich habe auch ein Zeppling. Warte, ich schmeiße den Zeppling runter, Kata. Pass auf. Ja. Ich hatte aber auch irgendwie so einen Stack... Ja, danke. Einen Stack Zepplings? Nein, aber... Hier, ich habe Karotten von dir gefunden. Ah, perfekt. Oh Gott! Als ob wir beide jetzt runtergefallen sind. Oh nein! Sind wir gerade das erste Mal gestorben? Ja, ne? Ja, stimmt. Ich glaube schon, ja. Oha! Okay. Und es regnet, oh nein! Ach, du hast das komplette Feld auch geerntet? Ja. Okay, sehr gut. Ja, oh Gott, ich wäre fast wieder runtergefallen. Okay, das passiert nicht nochmal. Ich baue mich jetzt rüber. Mach das. Okay, ich hoffe, die Blöcke reichen, aber ich denke schon... Oh Gott, Kata, ich habe mich gerade eben so hart erschrocken. Same. Oh Gott, und vor allem du fällst dann auch runter. Ja, ich wollte mich an der Kiste entlang bauen. Ich eben auch. Ich stand auf der Kiste und wollte sneaken und mich dann runterbauen. Ja, siehst du? Das geht, glaube ich, nicht. Nee, nee, geht auch nicht. Als ob wir beide dort runtergefallen sind. Ah, so ist die Blöcke. Oh, oh! Da ist ein Creeper, Kata! Da ist ein Creeper auf der Insel und ich baue mich da hin! Oh nein! Was, ne? Ich habe... Ich kann... Ich kann ja nicht hingehen, Kata. Was soll ich... Ich kann den Creeper doch einfach da runterschlagen, oder? Doch. Ja, aber wenn das explodiert, dann ist die Kiste weg. Was ist überhaupt in der Kiste drin? Und wenn der meinen Weg wegsprengt, was soll ich denn machen? Weiß es nicht. Och, Mann. Oh, und die Kata-Hilfe! Ah! Hilfe, Hilfe! Geil! Das ist nicht geil, Hilfe! Du darfst euch den runterschlagen. Guck mal, ich habe nichts außer... Warte, mach alles in die Kiste. ...kartoffeln und eine Kiste. Warte, ich mache auch hier alles rein. So. Pass auf, jetzt... Ah, tschacke! Wir gehen beide auf den, okay? Dö, 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 dö. Oh, oh! Alles gut! Wir leben beide doch. Siehste? Ah, gut gemacht, Kata. Danke. Ich nehme meine kompletten Items. Moment mal, ich brauche nicht mal so viel Essen. Schauen wir mal in die Kiste. Wir müssen uns unbedingt jeweils eine Karotte und eine Potato sichern, falls was passiert, dass wir immer noch Items haben. Ja. Also, dass wir immer noch was zu essen haben, meine ich. Guck mal, was da passiert, Kata! Das bauen wir noch mehr! Ja. Was ist denn hier los? Wir könnten eine Mobfalle bauen, Kata. Oh Gott. Oh, was? Oh, wie gut bist du denn? Du hast ja alle alleine weg. Und weiter. Oh je. Komm, wir bauen eine Mobfarm. Was hier? Das ist sehr gut. Haben wir da Dört drin? Ja. Wie viel? Warte, ich lasse mal. Ja, vier Stacks. Oh, what? Okay, wir nehmen das mit, oder? Ja, aber heile Ankommen bitte. Ja. Ich habe eine Idee, Kata. Wir bauen hier eine Mobfarm, okay? Okay. So eine Mobfalle, so eine richtig gute. Aber wir müssen gucken, dass hier keine Monster spawnen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wir haben auch Lava und Wasser. Wir können einen Cobblestone-Generator bauen. Stimmt. Okay, okay, ich habe eine Idee. Wir müssen Half-Steps machen, okay? Mhm. Ach so, dafür braucht man... Okay, wir machen unten halbe Blöcke. Und unten ist auch viel los. Echt? Ja, drei Creeper, die die Treppe hochgehen. Oh nein. Hast du die Items dabei von oben? Nee. Okay, warte, ich nehme die mit. Dann machen wir unten den Cobblestone-Generator, okay? Okay. Komm mal, Kata, ich mache meinen eigenen Aufzug. Oh, ich muss unbedingt essen. Meine Axt ist kaputt. Oh, oh, pass bloß auf da unten. Ich komme mit dem Aufzug. Oh. Nein, bist du gestorben? Ja. Oh nein. Ich komme gerade mit meinem Aufzug nach unten. In dem Dunkeln. Hilfe. Oh, oh, da sind überall Creeper. Das sind Skelette. Kata, ich schaffe das nicht. Ich lager hier alles ein. Ich lager hier alles ein. Alles einlagern, alles einlagern. Oben geht es gut los. Hier ist ein Enderman. Kata, wir müssen das mit halben Blöcken hier bauen, sonst spawnen hier so viele. Stimmt, okay. Okay, schau den Enderman bloß nicht an, sonst überleben wir das nicht. Ähm. Hallo. Okay, ich mache halbe Blöcke, okay? Ja, mach das. Warum haben wir das eigentlich nicht schon vorher gemacht? Richtig dumm eigentlich. Wir müssen die halben Blöcke hier auf der unteren Hälfte platzieren, okay? Mhm. Dass halt dort niemand drauf spawnt. Also so, wie ich das hier mache. Aber das ist richtig, richtig viel Arbeit. Egal, ich mache das. Okay, danke dir. Da würde ich sagen, wir fangen schon mal an mit der Cobblestone, ähm, mit dem Cobblestone-Generator. Machst du das auf Stein? Ja, ja. Wir haben ja unendlich Stein. Okay. Ähm, wo haben wir Lava und Wasser? Hier, ne? Ja, okay. Wie bauen wir denn eine Cobblestone-Generator, Kata? Weißt du das? Ja. Okay, ich habe Stein auf jeden Fall. So. Okay, warte mal. Wo wollen wir den denn bauen? Ja, eigentlich wollte ich den hier bauen. Warte mal, warte mal. Wo ist der Stein? Ich habe, ich habe Stein. Kannst du mir auch nicht geben? Ja, warte. Achtung. Da, lol. Da. Hast du das gesehen? Guck mal oben. Was ist da passiert? Ja, ja. Das sind so viele Monster. Ja, ich weiß. Oh Gott. Okay, warte, warte, warte. Hier, bitteschön. Danke. Und ich würde sagen, wir bauen den hier auf dieser Fläche. Ich mache die gerade noch ein bisschen größer. Guck mal, der Enderman, wie nah der uns ist. Ja. Oh Gott, ich habe so, so Angst. Okay. Guck mal, die Fläche reicht auf jeden Fall. Es wäre ja am besten, wenn die Lava von oben runter fließt, oder? Ja. Das heißt, wir müssen ja in jedem... Wir müssen hier so vier Löcher machen. Pass auf, Kata. Mhm, ich passe auf. So, hier sind die Löcher. Das heißt, wir machen... Wie macht man das denn am besten? Warte mal. Wir müssen... Weißt du das zufällig, Kata? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Warte, warte, warte. Ich mache es gleich, warte. So, oder? So nach oben. Und in der Mitte fließt die Lava runter. Richtig? Äh, ja. Aber wie weit nach oben ist egal eigentlich, oder? Äh, ja. So ungefähr? Ja, das sieht gut aus. Dann mache ich hier so die Blöcke zu. Nee, nee, hier kommt nicht Lava hin. So, warte, guck, guck, guck. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Hier kommt Wasser hin. Ja. Oben kommt Wasser drauf. Warte, das muss aber zu sein, oder? So. Ah, nee, warte. Hä? Nein, nein, das fließt da drüber. Ja, stimmt. So, schau mal. Genau. Stimmt. Und das müsste hier eigentlich noch... Könnte man eins weiter runter machen. Okay, warte, das machen wir. Und hier hinten auch. Okay, das ist cool. Oh, pass auf. Ja. Kommt schon. Okay, ich setze es nochmal kurz neu. Und wo kommt die Lava hin? Innen rein, oder? Äh, ja. Das kommt weg und das kommt weg. Und dann kommt das hier hin und das hier hin. Und wenn ich die Lava jetzt in der Mitte platziere... Als ob. Guck mal, jetzt haben wir sogar eine doppelte Generator-Dings. Aber kommst du da dran? Ja. Guck mal, wie gut das ist. Echt? Wir könnten theoretisch die Ecken auch noch weg machen. Guck mal, wie gut. Jetzt haben wir... Warte, ja, dann machen wir das so weg, warte. ...doppelten. Ja, perfekt. Ja, das ist ja auch richtig gut. Und der Enderman ist immer noch da. Ich habe richtig Angst. Jetzt haben wir einen doppelten Cobblestone-Generator. Guck dir das mal an, wie gut. Ja, ja. Nice. Oha, richtig gut. Jetzt können wir unendlich Cobblestone farmen. Und das ist echt sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Katja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die Monsterfalle, okay? Mhm. Guck mal, wie gut das ist. Wir kriegen fast jeden Cobblestone raus. Das ist sehr gut sogar. Das ist richtig nice. Okay, dann mache ich noch ein paar Halbe. Dann helfe ich dir noch ein bisschen. Da ist wieder ein Baum gewachsen. Richtig gut. So, das passt. Dann setze ich auch gleich ab. Ja. So. Okay, wir könnten jetzt tatsächlich unendlich in eine Richtung. Wir haben so viel Cobblestone. Guck mal, wie viel wir hier angebaut haben. Und hier kann nirgendwo eine Mob spawnen. Das ist sehr gut. Weil die spawnen nicht auf den halben Blöcken. Das ist so, so gut. Zack. Und hier noch. Oh, wir sind so weit gekommen in der häusigen Folge, Katja. Das ist echt nice. So. Dann geht es hier noch weiter. Zack, zack, zack. Wie viel Fläche wir hier haben. Was macht er denn hier für Sachen? Er kriegt Damage. Er ist ins Wasser gelaufen. Was ist das denn für einer? So. Okay, Katja. Wir sind auf jeden Fall richtig, richtig weit gekommen. Und das ist so nice mit dem Cobblestone-Generator hier in der Mitte. Das ist richtig gut. Ich mache mir gerade die Eimer noch hier rein. Ich mache mir eh alles hier rein. Wir haben richtig, richtig viel geschafft heute. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020